Hallo, ich bin Ivano von Mountain Wilderness Schweiz und das sind meine vier Tipps zum Umgang mit Fäkalien in der Natur. Tipp Nummer 1, Abstand halten. Menschliche Fäkalien sind stark mit Bakterien belastet und unschön zum Anschauen. Halt mindestens 70 Meter Abstand zu Gewässern. Tipp Nummer 2, Vergraben. Vergraben ist die beste Möglichkeit. Mach mit Hilfe von deinen Wanderschuhen an einem Stock oder einer kleinen Schufel ein Loch im Boden. Tipp Nummer 3, Keine Spuren. Nimm dein Papier wieder mit oder für besonders wilde, auch angefürchtetes Gras, Blätter oder Moos. Tipp Nummer 4, Zersetzung. Zur besseren Zersetzung vermisch zum Schluss all deine Hinterlassenschaften mit Erde. Übrigens, Nass-Türchli verrotet bis zu 20 Mal langsamer als WC-Papier. Nass-Türchli verrotet bis zu 20 Mal langsamer als WC-Papier. Lebens delivered bQuartier. Nass-Türchli verrotet bis zu 20 Mal langsamer als WC-Papier. domaininierer Winther